Oh 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 Leute 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 Hey 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 Meine Damen und Herren Ich bin mal wieder back Ich bin da Wir spielen heute Automobilista 2 Und im Sinne des österreichischen Grand Prix An diesem Wochenende werde ich jetzt auch ein Grand Prix veranstalten Ich spiele nicht F1-24 von EA Ich gehe rein in Automobilista 2 Ihr werdet euch wundern Hat als eine Art Alpha auf Steam angefangen Wie viele Spiele heutzutage Und die updaten das Spiel immer mehr, immer mehr, immer mehr Und es kam jetzt letztens irgendwie irgendein Force-Feedback-Update Ja Es kam ein Force-Feedback-Update Es wird noch weitere Updates geben Die haben die Formel 1 Autos reingepatcht Mega geil Falls euch die Videos gefallen Lasst doch gerne ein Like, ein Abo oder ein Kommentar da Feedback ist immer geil Also ihr wisst Bescheid Viel Spaß bei dem Video Freunde, das Intro wurde schon gesprochen Also ich bin hier heute drin in Automobilista 2 Mache den aus österreichischen Grand Prix Kurz zu den Einstellungen Ich habe das Rennen eingestellt 60 Runden, klares Wetter Startzeit 15 Uhr Wir haben 15 Minuten Training Wir haben 15 Minuten Quali Let's go der Hase Lange Schmale Schnell um die Kurven fahrende Nase Wir fahren einfach mal Wir fahren einfach mal Und dann gehen wir mal raus Alter Falter Jedenfalls Aufgepasst Aufgepasst Pit Limiter rein Motorstart Rechts sehen wir meine Reifen So, Pit Limiter aus Boah, erstmal nochmal die Controls reinbekommen So, jetzt gehen wir mal auf Attack Schauen wir mal, was wir für eine Zeit raus holen können Gleich für das Quali Scheiße Ein bisschen drüber Hier seht ihr meine Reifen gar nicht Und das ist auch geil Man kriegt angezeigt, wie das Battle abgeht Also, ihr seht ja in der Mitte vom Bildschirm wird angezeigt Wie nah das Auto an mir dran ist Das ist schon massiv geil Scheiße Wir probieren jetzt noch andere Reifen aus Wir probieren noch den Medium aus So, abgehen Fast Lab Der war nice Man Schaffen wir es überhaupt noch Oh ja, wir müssen jetzt Gas geben Wenn wir noch eine Testrunde haben wollen Auf den Mediums Nice 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 Viel besser Wow Das war nicht schlecht Ja, besser Ja, besser Besser Es wird keine eine Minute vier Aber Scheiße 1-8 Wo bin ich gelandet? Ich muss eine 1 Wow Was? Laber doch keinen Warum? Warum so heftige Zeiten? Warum? Voll Ja Warum Warum so heftige So heftige Zeiten? Ja gut Könnte ein bisschen realistischer sein Als ich dachte Let's go Let's go Anmachen den Aal Anmachen den Aal Jetzt über drin Ich hoffe die sind mir nicht im Weg Ich brauche Temperature Jungs Ich nehme mir zwei Warm-Up Labs Jetzt aber Und tschüss Und tschüss Digga Und tschüss Und raus da Raus da Ich weiß nicht Ob das Das war sau schlecht eigentlich Aber egal Hauptsache irgendeine Zeit Erstmal Hör auf Williams Hör auf Hör auf Dich zu fighten Jetzt Hör auf Dich zu fighten Mann Ist das Eine Pfeife Scheiße Ah nochmal Was für eine Zeit 1 8 Was Was Drei Sekunden Motor an Ghost Gott sei Dank Ah fuck War ich schneller? Ich weiß es nicht 0,03 Ah Scheiße Das war klar Musste ja irgendwann auch passieren So Und das Meine Damen und Herren Wär dann Das ultimative Rennen Für heute Ich bin gespannt Ich starne als letzter Ich bin so schlecht Auf geht die wilde Fahrt Auf geht die wilde Fahrt Oh Ohne Berührung Shit Reifen kalt Kalt wie Ass Ich hab die jetzt schon ein bisschen zerstört Alter What the fuck So ne Scheiße Was mach ich denn falsch Ach alter Mann Verdammt Ich mach die mal nicht so schwer Mann So Kontrahenteneinstellung Machen wir die mal auf 100 Standards Okay Ich lass jetzt eigentlich Alles auf Standard So Jetzt aber Hab jetzt so gut gemacht Nicht crashen Oh shit Oh sorry Oh Oh shit Oh das tut mir da jetzt Das War keine Absicht So Das ist doch mal ein Rennen Daniel Riccardo vor mir Um die vorletzte Kurve Im vierten Gang Komme ich rumgeschleudert Habt ihr einen besseren Ausgang Und ich Komme Seitlich von ihm Kann mir ein bisschen Platz leisten Und die Vollgas DRS ist an Und ich zische weg Vor mir Zu Noda Und dann gibt er Gas Mit den Slicks Aber ich bin schneller Auf den Mediums Wartet mich nicht Und sonst Fernando Alonso Rapido Furioso Schön Schön hab ich mir den Platz geholt Und nochmal DRS Zu Noda Weg von mir Esteban Ocon Im IP Ich hab einen besseren Ausgang Hier aus der letzten Kurve Über die Zielgerade Hol ich mir mit DRS Den nächsten Platz Oh Und ich hab's gelost Bin ich letzter? Nein 15er Macht aber nix Gut Also Full Attack Ich hol mir nochmal Daniel Riccardo Und ich hab DRS Auf der Zielgeraden Noch jeder hat DRS Dann hab ich einen besseren Ausgang Auf Daniel Riccardo Und ich hol mir den Platz Von Daniel Riccardo Hol ich mir die Außenline Und ich hol mir die Außenline Hier über Esteban Ocon Und Yuki Tsunoda Vor mir Hol ich mir noch Yuki Tsunoda Und ich geb hier Vollgas Yuki Tsunoda Hat einen schlechten Ausgang gehabt Ich komm hier mit dem 8. Gang Und in die 2. Letzte Kurve Hier im 5. Gang Yuki Tsunoda hat mich überholt Ich komm hier im 4. Gang Hab einen besseren Ausgang Aus der letzten Kurve Und ich komme hier mit DRS Und hol mir Yuki Tsunoda Oh Das war ein heftiges Überholmanöver Hier von Fernando Alonso Und jetzt hab ich einen viel besseren Ausgang als er Pass auf Oh mein Gott Was für ein Boost Schön 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 Ja, ich hab jetzt schon einen besseren Ausgang geguckt, oooohhh Oh, 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 Leute, 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 Leute Hey, 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 hey Shit Oh, nein, die überholen mich wieder alle Nee, komm schon So ne Scheiße, Digga Come on So, jetzt aber, jetzt hab ich die Slicks Bin wahrscheinlich letzter Aber kann vielleicht ein paar Autos aufholen Gehen wir ab Ach, Gasly ist mein Gegner Okay Yeah Gasly Wow, sorry, yo, sorry, yo, sorry, yo Keine Absicht Einfach gesandwiched und beide überholt Einfach gesandwiched und beide überholt Ey 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 Wie kein Sprit Voila Ich hab kein Sprit mehr Das Das ist ein DNF Das ist ein DNF Und ich hab verloren Ich hab dieses Rennen verloren Naja, hoffen wir, dass es beim nächsten Mal besser läuft Ich würde so mal sagen Das war's mit Automobilista 2 für heute Wir sehen uns beim nächsten Rennen wieder Silverstone dann bei In Assetto Corsa Äh, ja, wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt Erstes Rennen leider ein DNF Dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da Und wir sehen uns beim nächsten Mal Dann verpasst ihr auch nichts, wenn ihr ein Abo da lasst, denke ich Und ja, dann tschöö Diert J게